Vorteile der betriebswirtschaftlichen Beratung nutzen Wollen Sie wissen, wo Ihr Unternehmen steht, auch im Vergleich zu den Wettbewerbern? Wollen Sie Ihr Unternehmen vorausschauend lenken? Steuerberater bieten eine umfassende Beratung zu betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Aspekten an. Steuerberater kennen Ihr Unternehmen schon seit Jahren. Viele Unternehmensdaten liegen bereits vor und müssen nicht erst langwierig und kostenintensiv erhoben werden. Ein schneller Einstieg in die Beratung ist also jederzeit möglich. Das gilt unabhängig von der Branche und davon, ob Ihr Unternehmen produziert oder Dienstleistungen erbringt, ob es sich dabei um einen Handwerksbetrieb oder um ein Ingenieurbüro oder ein Restaurant handelt. Ihr Steuerberater analysiert mit Ihnen gemeinsam die Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens. Ist Ihr Unternehmen so gut wie, besser oder schlechter als der Branchendurchschnitt? Wie haben sich Kosten und Umsätze in den letzten Jahren entwickelt? Er unterstützt Sie dabei, nach vorne zu blicken. Wie geht es weiter mit Ihrem Unternehmen? Er zeigt Ihnen anhand der relevanten Zahlen, ob Ihr Geschäftsmodell nachhaltig ist und wo Chancen und Risiken für die Zukunft liegen. Welche Produkte, Dienstleistungen erbringen die höchsten Erfolgsbeiträge? Sind einzelne Produkte, Dienstleistungen preiswerter einzukaufen? Er hilft Ihnen, Handlungsbedarf zu erkennen. Wo gibt es Verbesserungspotenzial in Ihrem Unternehmen? Planen Sie gemeinsam mit Ihrem Steuerberater grundlegende unternehmerische Entscheidungen, um die beste Lösung für Ihr Unternehmen zu finden. Ist die Lagerhaltung angemessen? Gegebenenfalls das Lager verkleinern und die Bestellvorgänge optimieren. Bezahlen die Kunden die Rechnungen pünktlich? Gegebenenfalls das Forderungsmanagement einrichten und die Zahlungsverzüge verringern. Sind ausreichende Kapazitäten vorhanden? Gegebenenfalls Investitionen planen und dabei prüfen, ob Kauf oder Leasing. Ist ausreichend Liquidität im Unternehmen vorhanden? Gegebenenfalls die Kreditaufnahme vorbereiten, die Unterlagen für die Bank zusammenstellen und das Bankgespräch vorbereiten. Die Optimierung Ihres Unternehmenserfolges bedarf der vorausschauenden Planung in allen Bereichen des Unternehmens. Steuerberater unterstützen Ihre Mandanten dabei, die Zukunft zu sichern und den Erfolg zu planen.